Hallo meine Lieben, ich bin Arzu Fatura und das ist der FTR Fashion to Ride Stand in Arena Nova. Ich habe heuer für euch mein Bestseller mitgenommen und die sind sehr viele Sweatshirts mit Kapuzen. Leute wollen unbedingt Sweatshirts mit Kapuzen. Dann habe ich da schöne Vliesjacken, die man hundertmal waschen kann und die bleiben in Form. Dann habe ich da drüben noch mehr Sweatshirts und die sind wirklich meine Bestseller. Und dann habe ich mitgenommen für euch meinen Hund Camemberta. Und jahresspecial für die Messe habe ich diese wunderschönen Plüschjacken und dann habe ich ein Gewinnspiel für euch. Quasi. Wer zu meinem Stand kommt und Code-Wort Camemberta sagt, wie der Hund, kriegt die Jacken statt 30,25 Euro. Musik Musik